Was ist das erste Mal, dass ihr Per Günd erlebt oder euch anseht? Ja, in dieser Veranstaltung ist es schon das erste Mal. Aber ansonsten, von Musik und Theater her, ist uns Per Günd vertraut. Wie war es? Es war wundervoll, es war wundervoll. Wir haben im Reiseführer davon gelesen, haben extra ein Umweg gemacht. Hatten heute nachmittag um drei noch keine Karten und keine Unterkunft. Ja, und Anna hat uns auch ein wenig geholfen und uns mut gemacht und wir haben Glück gehabt. Und sind sehr froh darüber. War es ein Problem, dass ihr nicht versteht Sprache? War es ein Problem, Sprache nicht zu verstehen? Ich habe überhaupt gar keine Beziehung zum Norwegischen. Ich bin das erste Mal hier im Land und habe die Sprache genossen. Es ist eine sehr melodische Sprache, also es war wie Musik. Und dadurch dass ich die Sprache nicht verstanden habe oder wir beide nicht, aber ich konnte mich dann eigentlich sehr schön auf die Sprache-Melodie konzentrieren. Und das war eigentlich sehr, sehr schön. Wie war es? Ja, das passt alles ganz wunderbar zusammen. Der See, die Umgebung. Ja, das ist auch natürlich auch die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Doch, es war eine perfekte Vorstellung. Ja, und da es die Heimat von Fergünd ja offensichtlich ist, passt es ja auch ganz toll zusammen und wunderschön gewesen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020